Endlich ist es da, das Gartenjahr 2023 und mit ihm natürlich Markus Burkhardt, unser Naturgartenexperte. Grüß euch, schön, dass ihr dabei seid an diesem, ja, heute ist ein richtig verringter Frühlingstag, aber das stört uns gar nicht. Wir starten so richtig rein ins Frühjahr. Was ist wichtig im Frühjahr, was können wir machen im eigenen Garten für die Vielfalt? Schaut, dass wir super Frühlingsblöe haben, da schauen wir uns was an, nämlich die Weide und die Kornellkirsche. Nisthilfen waren ein super Thema für Vögel und für Insekten und die Kosi macht euch einen schönen Deko-Tipp. Wie es auffallen, muss ich ehrlich sagen, in den letzten Tagen, weil ich bewusst geschaut habe, auch wir da in der Gegend haben eigentlich viel zu wenig Baumkatzel. Und das ist gar nicht gut, weil die Baumkatzel sind in dieser Zeit eine extrem wichtige Nahrungsquelle für die zum Teil aufwachenden Insekten, wie zum Beispiel eben die Hummelköniginnen. Die brauchen ja dringend jetzt um die Zeit einen Nektar, damit sie einmal richtig durchstarten können. Aber es gibt einige Schmetterlinge, die überwintern ja aus erwachsenen Schmetterlingen und die brauchen ganz, ganz sehnsüchtig jetzt nach dem monatelangen Winterschlaf einen richtigen Nektarschub. Und da sind eben unsere Baumkatzel oder die Saalweide, wie es auch heißt, ganz wichtig. Und ich hol mir jetzt ein paar mit der Garten schon, weil die kann man sich ganz einfach selber vermehren und das zeige ich euch. Und weil es so ringt, haben wir uns gedacht, wir gehen dann ein bisschen rein, weil da ist viel gemütlicher und bereiten einfach einige Sachen vor für euch. Eine wirklich gute Idee, aber erst kämpft sich Markus durch den Regen in Richtung Saalweide, denn von der will Markus in Zukunft mehr haben. Da haben wir jetzt, da können wir einen Haufen Weiden draus machen. Es ist, wenn es ist, ein paar Weiden habt ihr im Garten oder auch noch eine, wenn die eine gewisse Größe hat. Das macht ihr gar nichts. Da könnt ihr ruhig ein paar Äste rausschneiden. Das wissen wahrscheinlich eh viele, die hier und da diese Bäume duschen, ernten. Die Weiden, die treibt sofort wieder durch. Das ist überhaupt kein Problem für die Pflanzen. So, jetzt aber schnell rein in die gute Stube. Weiden zu vermehren ist wirklich einfach. Ich zeige euch ein paar Möglichkeiten. Ihr könnt, ich habe da ein bisschen einen Längern mitgenommen. Das ist so, ja, der ist gut daumendick, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, und den könnt ihr jetzt direkt reinstecken in die Erden. Wichtig ist nur, wo ihr ihn reinsteckt, muss einigermaßen feucht sein. Vielleicht gelegentlich gießen, wenn es trockener wird. Und den oberen Teil, den zwickt man einfach weg. Der kann so, ja, ich sage jetzt einmal, 1,50 Meter, 1,20 Meter bis 1,50 Meter kann der haben von der Länge. So schaut das aus. Und den steckt es einfach aus der ganzen Einer. Ungefähr könnt ihr euch merken, so tief wie vielleicht euer Schienbein lang ist. So in die Richtung. Also steckt es den ungefähr so tief wie in der einen. Das ist relativ weit, aber das wäre wichtig, dass er gut reinkommt, weil dann treibt er ausreichend Wurzeln und kann den Teil oben versorgen. Und dann wird er sich einfach da zu einem eigenen Bammel entwickeln. So einfach wäre das. Jetzt könnt ihr, was auch eine ganz einfache Variante ist, dass man zum Beispiel einfach ein Teil nimmt von den Weiden, einmal sowas her und gebt das einfach in eine Kühe rein. Einfach mit Wasser rein geben und nach ein paar Wochen wachsen davon selber eigentlich die Wurzeln und dann könnt ihr das aussetzen im Garten. Es gibt aber noch einfach eine Variante. So, jetzt machen wir die eigentlichen Stickfützer. Eine ganz schöne Variante, finde ich, zum Weiden vermehren ist, indem man sich Steckhölzer macht. Das geht eigentlich wirklich auch nur um die Zeit. Also ideal ist, finde ich aber gärtnerisch so, wenn der gröbere Winter um ist, was weiß ich, so irgendwann, ab März würde ich einmal sagen, der Gärtner erntet zum Teil schon vorm oder zum Winterbeginn. Aber einfacher ist es natürlich daheim, wenn man das jetzt macht um die Zeit. Dann sind die Weiden gerade noch nicht beim Austreiben und das wäre ideal. So in die Richtung kommt so ein Steckholz ausschauen und das zwicken wir uns jetzt daher. Da ist eigentlich nichts dabei und da finde ich eine Scharäube, ein ganz gutes Werkzeug, weil diese einzelnen Hölzer, das macht es von der Länge, so um die 20, das ist nicht genau 20 bis 30 Zentimeter lang sein und der Schar hat ungefähr 20, also da könnt ihr sowieso ein wenig messen und so schneidt ihr die Steckl her. Man sollte keine zu dünnen nehmen, also das wäre zu dünn, das ist nicht ideal. So etwas ist eigentlich ideal, kann auch noch ein bisschen dünner oder ein bisschen dicker sein. Und das schneiden wir sich jetzt nachher. Und was ganz eine wichtige Geschichte ist, was ihr nicht vergessen dürft, nämlich schon beim Schneiden, das müsst ihr die Richtung beachten. Man sagt Polarität dazu, das heißt, das Steckholz gehört wieder so in die Erden hinein, wie sie auf der Weide oben ist und nicht so, weil dann wächst es euch nicht. Das Erste, was ich mache, die Unterseiten, ich hoffe, ihr seht das, die schneid ich mir schräg, weil dann weiß ich, das ist unten und oben schneid ich es gerad. Und so macht euch die Hölzer alle durch. Und so macht euch die Hölzer alle durch. Jetzt haben wir da ein paar schöne Stöckhölzer. Was wichtig ist bei den Stöckhölzer, das könnt ihr selber noch einmal kontrollieren oder schauen. Der Gärtner nennt, da wo die Knospen rauskommen, das sind die Internodien, also ein Knoten kann man auch sagen. Und der Bereich, der da dazwischen ist, das sind die Internodien, die Zwischenalme. Und da sollten wenigstens drei bis vier, so in die Richtung, würde ich mal sagen, wäre gut, wenn wir oben sind. Wenn ihr da zählt, da ist zum Beispiel eins, zwei, drei, vier, fünf. Internodien, das heißt eins, zwei, drei, vier, da haben wir vier, fünf, also das passt super, so in die Richtung. Und mehr muss man nicht machen oder können. Und die, genauso wie es jetzt sind, die Hölzer, die steckt es entweder direkt im Garten in die Erden, soll aber wirklich von der Erden ein bisschen vorbereitet werden. Das heißt, ein wenig aufgelockert, soll nicht ganz ein verdichteter Boden sein. Das ist nicht gut, weil das Holz braucht ein bisschen Luft zum Bewurzeln. Und es muss ein Platz sein, wo es ist, wisst ihr, da hat es eine gewisse Grundfeuchtigkeit. Da trocknet es mir nicht aus. Also wo es voll die Sonne hinscheint und sehr trocken wird Richtung Sonne, da werden es dann wahrscheinlich wieder kaputt. Also Sie brauchen jetzt zum Bewurzeln, das ist relativ schnell, schon eine ausreichende Feuchtigkeit. Und so bis in April, Mai spätestens, sollten Sie dann durchgetrieben haben. Es könnte sich aber auch in den Tepf hineinsetzen und das lässt es oben, egal ob Sie es in die Erden reinstecken, oder in den Tepf, eigentlich nur ein oder zwei Augen rausschauen. Der Rest ist unter der Erde. Und mehr muss man da nicht aufpassen oder beachten. Wenn man es fachlich ganz genau machen will, dann lässt der Gärtner sogar über den letzten Aug ungefähr ein, zwei Zentimeter noch stehen. Das trocknet dann zurück. Das ist ein gewisser Schutz dann für das untere Aug. Und das treibt er dann da aus und macht den Trieb. Und das könnte man dann theoretisch wegschneiden. Muss man aber auch nicht. So, und nun werden die Hölzer eingetopft. Dann könnt ihr es schon reinstecken. Jetzt wisst ihr, was unten ist. Ich tue aber zwei oder drei rein in den Tepf. Weil es kann sein, dass einmal einer nicht will. Die Baumkatze wollen nicht so gern wie die anderen Weidenarten, aber es haut trotzdem ganz gut hin. Und dann stöpfen wir es auf. Wichtig ist, es sollte feucht gehalten werden, aber nicht nass. Das wäre vielleicht auch noch ein guter Hinweis. Wer glaubt, Palmkätzchen wären nur eine schöne Deko, der wird nun eines Besseren belehrt. Dr. Burkhard klärt auf. Wenn ihr eh solche Weiden daheim habt, dann habt ihr eine der ältesten Hausapothekenpflanzen dieser Welt bei euch daheim. Weil die Weidenrinde hat einen ganz, ganz wichtigen und bekannten Inhaltsstoff. Das ist das sogenannte Salicyl oder die Salicylsäure. Und diese einen ganz einen bekannten, das ist eine Kopfettabletten in Brauseform. Man nimmt sie zum Teil, die Älteren werden das wissen, aus Blutverdünner. Und da ist genau dieser Wirkstoff drinnen. Der ist um 1830 gegen sowas, haben sie das erste Mal außer isoliert. Aber man hat Aufzeichnungen. Ich glaube, die ersten Aufzeichnungen, die man gefunden hat, auf irgendwelchen syrisch-babylonischen Schrifttafeln, 700 vor Christi Geburt, gibt schon die Rezepte, wie man denn die Weidenrinde verwendet, um eben gewisse Krankheiten zu mildern. Und die Weidenrinden haben jetzt um die Zeit, deswegen passt es wirklich gut, diesen Wirkstoff am höchsten konzentriert drinnen. Also wenn man sowas einmal probieren möchte, dann kann man, wenn man selber einige Weiden hat, oder wenn man sich das woanders macht, natürlich unbedingt fragen und nie rundum alles runtergeben, sondern immer noch einen Teil von der Rinde, dann schiebt man diese Rinde ab und trocknet die und dann kann man den ein bisschen zerkleinern und dann kann man sich da einen Teeaufguss machen. Und das Schöne ist, bei dieser, nennen wir es jetzt einmal, bei diesem natürlichen Kopfschmerzmittel, es hat so gut wie keine Nebenwirkungen. Im Gegensatz zu der chemischen Form, das wissen wir alle, lädt es einmal die Beipackzettel durch, da wird es nicht fertig und das da sporen wir da alles. Es ist nur so, dass die natürliche Form, wenn man das zu sich nimmt, das braucht eine Zeit. Es braucht ungefähr zwei Stunden, bis der Körper das richtig verstoffwechselt und aufnimmt, aber es bleibt dann sehr, sehr lang wirksam. Bis zu zwölf Stunden bleiben diese Säureverbindungen, es sind sehr komplexe Verbindungen, also nicht nur diese Salicylsäure, was da drinnen ist, bleiben dann aktiv und das könnt ihr durchaus einmal ausprobieren, wenn ihr vielleicht öfter Kopf gehabt habt, aber auch vielleicht, wenn man so einen leichten, kreballen Infekt hat oder wenn man sich abgeschlagen fühlt. Es ist auch ein Schmerzmittel oder wenn man Entzündungen im Mundbereich hat, dann ist das wirklich ein Thema und es ist tatsächlich nebenwirkungsfrei. Es gibt scheinbar ganz, ganz wenig Menschen, die empfindlich sind, auch dieses Salicyl da drinnen, aber alle anderen können das durchaus einmal probieren. Übrigens ist ganz interessant, in den beiden Weltkriegen, also erster, zweiter Weltkrieg, war sicher keine schöne Zeit, aber da ist dieses Wissen wieder dahergekommen, weil da hat es einfach zu wenig Medikamente gegeben, zu wenig Schmerzmittel und dann haben sich die Leute wieder auf das besinnt, was eigentlich eh schon wir wissen. Früher hat man zum Teil einfach auch beim Wandern, wenn sie dich vielleicht nicht gut gefühlt hat oder Zaunweh oder Kopfweh, hat man sich ein Stückchen von der Weide abgebrockt oder abgerissen und hat an dieser Rinde gekaut. Auch Markus legt sich gleich einen Vorrat an. Wenn ihr euch diese Rinde dann trocknet und so einen Rindentee macht, da gebe ich euch noch einen Tipp, weil die Rinde ist natürlich jetzt nichts Köstliches als Tee, aber gut, es ist gesund, gibt es eine Medesüße dazu, weil Medesüße hat auch diese Inhaltsstoffe, diese Salicylsäuren drinnen und das hat dann gleich ein wunderbares Aroma. Ja, apropos wunderbar, natürlich ist die Salweide, aber auch die Cornelkirsche, es sind ja wirklich auch schöne Sträucher, nebenbei sind sie zum Glück also nützlich. Da zeigt euch jetzt die Kosi einen schönen Deko-Tipp dazu und da könnt ihr auch das Gras, das wir ja jetzt sowieso im Frühling eigentlich immer zurückschneide, super verwenden. Schaut euch das an. Und ja, zugegeben, bei Kosi, da scheint doch immer die Sonne. Sie zeigt uns heute, wie man aus den vertrockneten Gräsern aus dem Garten einen sensationellen Osterstrauß macht. Benötigt werden Strohgrenze unterschiedlicher Größe und ein Tacker. Die Gräser werden um die Grenze gewickelt und festgebunden. Nun die einzelnen Grenze von klein nach groß übereinander stapeln und zusammenbinden. Nun wird das Ganze mit einer Folie ausgekleidet, damit keine Nässe durchkommt. noch eine abschließende Gras-Schicht auf dem obersten Kranz festhackern und das Ganze mit einem Steckschwamm befüllen. Obenauf kommt jetzt eine Moos-Schicht. Und in dieses prachtvolle Osterkörbchen werden nun Palmkätzchen, Wachsblumen, Cornelkirschen und andere Frühlingszweige hineingesteckt. Wachsblumen, und dann noch ein paar Osterstrauß. Et voilà! Fertig ist der etwas andere Osterstrauß. Und Markus, der zeigt uns jetzt die besten Nisthilfen für Vogel, Biene und Co. Ja, jetzt, das Frühjahr ist wirklich so eine entscheidend wichtige Zeit im Garten. Und da kann man so viel für die Vielfalt und eben die heimischen Tiere machen. Wie wir eben schon gehört haben, gerade die Hummeln und die Bienen brauchen jetzt diese ganzen Blüten, um sich zu ernähren, aber auch dann weiterhin für die Brut. Es könnte aber auch jetzt um die Zeit super Nisthilfen zur Verfügung stellen. Aber das wäre ihm gut, wenn man es jetzt da tut, weil um die Zeit brauchen eben die meisten Lebewesen, jetzt nicht nur die Hummeln, aber auch zum Beispiel die Wildbienen oder unsere heimischen Vögel, die brauchen was, was brüten können. Und da kann man ja super Möglichkeiten im eigenen Garten schaffen. Was zum Beispiel bei den Hummeln, das wissen, glaube ich, wenige, es überwintert ja nur die Hummelkönigin. Der Rest vom Staat, den die Hummel aufgebaut hat, oder die Hummelkönigin, der verendet im Herbst. Und diese Hummelköniginnen, die jetzt munter werden, erstens sind sie hungrig natürlich, da haben sie dann hoffentlich unsere Bäumkatzerln oder die Kornelkirschen oder Krokusse etc. Und die suchen sie eigentlich am liebsten das Nest, was den neuen Staat gründen, unter der Erde, in Mauslöchern. Das heißt, man muss nicht immer gleich hysterisch sein, wenn man Mauslöcher im Garten hat, sondern lässt sich die offen, weil da gehen die Hummeln gern rein. Das könnt ihr aber, so unglaublich das klingt, auch den Hummeln-Nistkästen bereitstellen. Ich habe da so einen Nistkasten da, das ist ein Hummelnistkasten. Ist schon ein bisschen was Spezielleres. Also das empfehle ich all jenen, die sich wirklich ein bisschen intensiver mit diesen faszinierenden und vor allem so extrem wichtigen Lebewesen beschäftigen wollen, weil die Hummeln machen ja einen extrem großen Teil der Bestäubung. Nicht nur unsere Nutzpflanzen, zum Beispiel Tomaten, werden eigentlich ausschließlich von Hummeln bestäubt, weil nur die diese Form des Bestäubens kennen. Das nennt sie Vibrationsbestäubung und das kann auch Honigbeine zum Beispiel nicht. Und deswegen sind die Hummeln so wichtig, sind auch extrem fleißige Bestäuber. Und es gibt eben solche speziellen Nistkästen für Hummeln. Das kann man sich vorstellen, eigentlich vielleicht gut vergleichbar mit einem Vogel. Bei Vögeln macht man es ja heutzutage eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich, dass man ihnen Nistkästen anbietet. Und so in die Richtung verhält sich das auch mit den Hummeln, weil eben leider mittlerweile unsere Gärten so steril und auch die umliegende Landschaft so, ja, man kann es wirklich sagen, so einplaniert worden ist oder vielleicht auch so intensiv genutzt wird, dass die Hummeln die Möglichkeit, in der Erde, in den Mausgängen zu nisten, nicht mehr so haben. Und mit so einem Kasten kann man ja da eine super Möglichkeit schaffen im eigenen Garten. Moos, Karbock oder Tierhaare eignen sich perfekt zum Befüllen des Nistkastens. Auch bei unseren heimischen Gartenvögeln, die ja jeder gerne im Garten hat, glaube ich, kann man wirklich viel machen. Und zwar mit der Wahl des Nistkastens. Weil man wundert sich oft, da gibt es ja viele verschiedene Nistkästen, wozu soll das gut sein? Und ich habe da zum Beispiel eine sogenannte Halbhöhle. Es gibt Vollhöhlen. Das imitiert eigentlich, kann man sagen, euch vorstellen, ein alter Baum und ein Specht macht da eine Höhle rein, dann hat man dieses runde Loch und das ist eine Vollhöhle, die dann da drinnen entsteht. Und die machen diese herkömmlichen Nistkästen, wo dann ein kleines Loch, so ein Einschlupfloch ist. Es gibt aber viele Vogelarten, denen ist das zu finster da drinnen. Die gehen nicht in eine Vollhöhle rein. Und da wäre es dann super, wenn solche ganz einfachen Kästen, das sind eben solche Halbhöhlen, aufhängt. Die Vögel nennen sich auch Nischenbrüter, als zum Beispiel unsere Amsel. Die hat so etwas viel lieber. Die geht lieber in so etwas rein. Oder auch die Rotkehlchen nehmen so etwas ganz gern an. Trauerschnepper oder Bachstelzen, die wollen einfach im Bereich, wo sie brüten, ein bisschen mehr Licht. Aber was man da beachten sollte, wenn es sich dann zum Beispiel an eine Hauswand hängt, oder bei irgendeiner Gartenhütte, oder in einem Baum rein, genauso wie bei den Vollhöhlen. Es soll nicht zu heiß sein, eher gut versteckt, vielleicht mit ein paar Ästen, oder dass er Rosen vorhängt, dass nicht gleich irgendeine Katze oder so etwas dazukommt. Und hängt sie nicht so gerade zur Wand, sondern besser ist meistens, wenn man seitlich hinhängt, so in diese Richtung, weil der Vogel hat ganz gern ein geschütztes Gefühl da drinnen. Er mag nicht direkt raus sehen. Deswegen meiden sie oft die, wenn man so hinhängt. Speziell, wenn sie offen sind. Wenn sie gut verwachsen sind, könnt ihr sie so auch hingeben. Eine ganz, ganz faszinierende Gruppe von Lebewesen in unseren Gärten. Neben den Hummeln, die ja auch zu den Wildbienen zählen, sind eben diese Wildbienen. In Österreich gibt es sage und schreibe über 700 verschiedene Wildbienenarten, von denen zwar eher die Mehrzahl im Boden brütet, sehr, sehr unbemerkt, meistens von uns, aber auch die können super unterstützen. Und da gäbe es eine ganz, ganz einfache Variante, in dem Sinne, nämlich solche Schilfmatten, kennt sicher jeder, kriegt man eigentlich mittlerweile überall zum Kaufen, kostet man auch nicht sehr viel Geld. Und aus denen kann man sich eine wesentlich fachlich, nämlich bessere Nisthilfe bauen, als die, die es oft zum Kaufen kriegt, unter dem Namen Insektenhotel. Die sind oft leider wirklich ein Schrott und man kann sich das aus solchen Schilfmatten wirklich gut selber machen. Es müsst ein paar Sachen allerdings beachten, wenn man solche Schilfmatten oder so Schilfröhrchen montiert. Oft ist es nämlich so, dass diese Vorderseite sehr schlampig geschnitten ist. Dann stehen da, ich weiß nicht, ob man das bei der hat, die ist gar nicht so schlimm, dann stehen zum Teil richtig so die Fasernkreuzung quer und dann können unsere Wildbienen da natürlich nicht reingehen. Die meiden das instinktiv, weil die Wildbiene weiß, wenn sie jetzt da reingeht und dann vielleicht wieder raus, dass die Flügel dann vielleicht beschädigt werden. Und der Erste, der interessiert ist, Wildbienen zu fressen, gibt es ja viele verschiedene Tiere, der frisst es dann wahrscheinlich und deswegen vermeiden sie das. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man sich so ein Stäbchen anschaut, wenn man sagt, ja okay, aber was passiert denn da? Was sind denn die Bienen drinnen? Der große Unterschied von diesen Wildbienen zu der Honigbiene ist, dass die alleine leben. Man sagt, eine solidäre Lebensweise. Also eigentlich kümmert sich die Mutter im Großen und Ganzen um das ganze Brutgeschäft. Und so ein Röhrchen ist vielleicht ganz gut, wenn man sich so vor der Seite anschaut, das hat eben vorn diesen Eingang und geht dann relativ weit zurück. Das sind vielleicht so 10 cm. Und dann haben wir da wieder so einen komischen Knoten. Und da vorne ist das Röhrchen hohl und da ist ein Knoten. Das ist wichtig, weil die Bienen mögen es nicht, wenn es durchzieht, durch das Röhr. Das heißt, das muss mit einem Knoten abgedreht sein. Das ist eben so ideal, weil das hat unser Schiff von Natur aus. Es sind überall diese Knoten drinnen. Und da beginnt dann die Biene hinten zu beginnen, das erste Ei reinzulegen. Dann macht es eine Zwischenwand aus Lehm oder was halt im Garten findet, aus irgendwelchen Erdmaterialien. Dann legt es das nächste Ei rein, wieder eine Zwischenwand und so weiter. Und so kann sich bis zu 10, 15 Eier da reinlegen mit Zwischenwänden. Und jedes Ei wird versorgt mit Pollen aus Nahrungsquelle. Pollen, manchmal ein bisschen Nektar dazu gemischt. Und deshalb kann man sich vorstellen, wie wichtig das ist, dass man eben so Sachen wie Bäumkatzerln oder Dirndlstrauch und andere blühende Sachen im Garten haben. Weil nur dann können diese jungen Larven da ausreichend versorgt werden mit Nahrung. Schaut einfach, wenn ihr die Matten kauft, wir schauen denen da die Räulen aus, weil oft sind die wirklich schleißig oder schon beim Verschimmeln oder ganz eine schlechte Qualität. Es sollen halbwegs gute Schilfräuchchen sein. Die sind, naja, es ist nicht ganz so schlimm, wie es manchmal ist. Aber besser wäre es, wenn ihr es nachschneidet. Und ich habe eine Seite da schon nachgeschnitten. Dann schaut das ungefähr so aus. Da gebe ich euch wirklich einen wertvollen Hinweis, wenn die Stäbchen trocken sind. Ich glaube, man sieht das ganz gut, wie sauber die sind. Wenn sie trocken sind, lassen sie sie meistens relativ schwer schneiden. Und wenn ihr das vorhabt, legt ihr diese Matte einfach, rollt es auf, wenn es regnet. Heute regnet es. Die ist ja schon nass. Und dann lasst ihr es einfach so einen Tag draußen im Regen. Oder wenn ihr einen Gartenteich habt, schmeißt es sich nicht die ganze Matte und lasst es einen Tag einweichen. Und dann kann man es zum Beispiel auch mit der Gartenschere super schneiden. Und dann reißen euch die Schnittstellen nicht. Dann habt ihr lauter saubere Schnittstellen. Und genau das lieben die Bienen. Das hat den Effekt einfach, dass viel, viel besser besiedelt wird. Und man kann dann wirklich so ein Stück, das muss jetzt nicht unbedingt so lang sein, wie diese Matte, könnte vielleicht kürzer sein. Sie gehen dann auch, übrigens, wenn man es montiert, von beiden Seiten rein. Wichtig ist nur, es muss geschützt montiert werden. Also witterungsgeschützt. Es soll einigermaßen die Sonne hinscheinen, also nicht schattig montieren. Und man muss das Ganze horizontal montieren. Sie merken es nicht, wenn es so ist, sondern horizontal oder vielleicht ein bisschen schräg. Ist auch okay. Wie man es, werden sicher viele noch kennen vielleicht, wie man früher die Häuser oft gedeckt hat. in der Nähe von irgendwelchen großen Seen, wo viel Schilf zur Verfügung war, hat man ja diese Schilfdächer gemacht. Und da spült sie sich dann richtig an mit den Wildbienen und sowas imitieren wir und schaffen eben eine Möglichkeit, wo sie die Eier reinlegen können. Tja, und Wildbienenliebhaber Markus hängt gleich die ganze Matte auf. Denn Wildbienen kann man bekanntlich nicht genug haben. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei für euch, weil es gibt wirklich super Methoden, dass wir unsere heimischen Tiere unterstützen können. Nächstes Mal schauen wir, dass wir ein super Wetter haben. Dann gehen wir in Kräuter und in den Nutzgarten. Das ist für unseren Traum, aber auch für unsere Tierwelt. Mir gefallen es natürlich auch sehr. Wenn es euch gefallen hat, für ein Like. Oben habt ihr mehr von uns und da könnt ihr uns abonnieren. Für euch. Wir leben in a dream.